Jan für die Spekabstand und willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Channel. Ich habe heute keinen Bock, weil ich erfahren habe, ein fucking Elefant ist besser als ich im Fußball. Im Fußball! Im Fuß-Bein! Mit dem fucking Fuß! Dicker. Ich zeige euch jetzt das scheiß Video. Und wenn ihn später irgendwann mal zeige ich euch ein Video, wie ich Fußball spiele. Er fällt bestimmt wieder auf die Fritze, jeder legt mich aus. Fucking Alter. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Hier ein kleiner Abschnitt von Elefanten im Fußball. Ich habe es jetzt gesehen. Okay, das mit dem Baby und mit dem Po, das ist nicht so interessant. Aber trotzdem. Ich habe es jetzt gesehen. Er hat Dinge gemacht. Mit dem Rüssel. So. Warte, ich brauche jetzt mal einen Ball. Scheiß drauf. Ich nehme jetzt einfach das. Guck. Er hat es so gemacht, irgendwie. So. So. Und dann hat er irgendwie so gemacht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Warte, kleiner... So, Leute. Hier. Ich habe einen kleinen Cut gemacht. Jetzt seht ihr es besser. Er hat irgendwie mit dem Rüssel... So. Ich spiele jetzt mal den Elefanten. Er hat irgendwie mit dem Rüssel... So gemacht. Dann hat er so gemacht. Ich meine, ich kann das besser, Alter. Ich meine, ich kann das. Das ist peinlich. Okay. Aha. Wir sehen, ne? Ich kann das nicht. Ich. Ich. Der wahre Jan Friesbeck. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Geil, ne? Lach doch. Lach doch. Okay. War ja Spaß, aber... Es ist... Es ist echt... Sehr peinlich. Weil es sei denn, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dann eine Dame nach oben da und dann... Es ist das... Es ist so... Du hast ja... Ich kann das nicht unbedingt nicht... Es kann das nicht. Es ist der... Du hast ja... Viens schauze... Wir laufen das...